Asgekocht ist, es ist vorbei mit meinen Kochkurse Leute, weil das Geschäft geht wieder los. Nach umfangreichen Renovierungsarbeiten haben wir Arbeit und Biergarten wieder offen. Wer es immer noch nicht Kraft hat zu kochen, soll sich mein Buch kaufen. Willi kocht, ich habe die Rezepte geschrieben. Ich arbeite natürlich nur an meinem anderen Buch, aber das ist einmal als Witzhaus wieder vorgegangen. Der Biergarten ist eröffnet, es hat ein wenig Änderungen gegeben. Wir machen aus hygienischen Gründen sowas ein wenig eingeschweißt und wir machen warme Sachen hier in meiner neu gebauten Outdoor Küche. Der wird natürlich ständig verbessert und erweitert. Wir haben zum Beispiel einen Schweinsbraten im Programm. Den koche ich, da ist mein neuer Lehrling, der Manne. Schweinsbraun. Jetzt wird auf dem Holzofen gekocht in nächster Zeit. Deswegen keine Kochvideos, weil jetzt kommt es wieder kommen. Jetzt geht es wieder los. Ho, 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 jetzt sind wir wieder da. Schweinsbraun. Oder ein Grilltaller mit Schwein, Ute, Rind, Wild, mittelsbester Wildbreitwurst. Brotzeiten, warme Gerichte. Dieses Wochenende, Freitag, Samstag, Sonntag von 14 Uhr bis 19.30 Uhr geöffnet und dann ab nächster Woche, ab Mittwoch, sagen wir euch wieder Bescheid. Kommt vorbei, bleibt gesund, macht es gut. Ho, rido.